...wurde entschieden und das mit einer weltmeisterlichen Performance. Stefan Römer, was denkst du, was hat heute den Unterschied gemacht? Ein zuverlässiges Auto war hier der wichtigste Anzahl. Das war eine richtige Materialschlacht und man konnte sehen, dass die Fahrer an der Spitze noch eine Balance zwischen ihrem hohen Tempo und dem Verschleiß ihres Autos besucht haben, um überhaupt das Ende zu erreichen. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. ... ... ... Vielen Dank.